hey leute und willkommen zur zweiten ausgabe von let's fifa bundesliga spitz ja mit mir den kings und den agilities ja das heutige highlight spiel ist für uns vfl wolfburg gegen den fc schalke 04 und ja starten wir auch noch einmal durch wie letzte woche gesehen hat wir haben am ende noch getippt wie wir denken wie das spiel ausgeht was Bayern gegen Borussia Dortmund in Gladbach war Kings hat recht er hat 3-1 getippt und ist 3-1 ausgegangen uuuhh respekt nicht schlecht erster punkt für ihn in unserer Let's FIFA Bundesliga Spezial Saison Saison Serie ja wie auch immer Punkt 1 für ihn deswegen kriege ich auch demnächst 50 euro von dem agilities überwiegen das glaubt zumindest er selbst aber das wird nicht passieren also wir könnten ja nochmal ins video reingucken das hat er bestimmt irgendwo mal so nebenbei erwähnt genau wenn nicht hat er einfach schon die aufnahme wendet er hat es auf jeden fall gesagt und ich hab gerade gegen den Pfosten geschossen das ist ein Video genau 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 ich hab Tiego Tiego Eingriff und da kommt die Flanke viel zu weit und er verkackt oh er ist noch am Ball das hat der Gegner die Kugel ja er versucht wenigstens uuuuuhh Jomea 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 was ist da los na das war auf jeden fall schon mal der erste gute Schuss von den Schalkern hey scheiße wie kacke ist denn Wolfsburg wie kacke bist du wenn hier irgendwas kacke ist bist du das oh scheiß die wandern Leute der passt geil was du bist so ein lauch alter hey vier meter beine hat er mit alter joo joo lass dich nicht faulen ne es gibt dass der Abwehrspieler so gut ist ach kack die wand an hey oh god was nimmst du den noch mit dem Kopf an oh man was geht hier eigentlich ab ist überhaupt eine Chance irgendwie Schalke zerrommen die Wolfsburger richtig hätten wir Wolfsburg gewinnt nicht so äh diesem Entschuldigung naa ich weiß nicht und die Schalker holen sich den Ball eh weint nicht quaaaat uaaaaaah scheiße oh mein Gott weißt du guck mal so komm ich gut durch mit Schalke nur dann halt der der äh finale Schuss der Satz gleich auch geschafft zu Ende zu sprechen ohne oder hey ohne Ende Ende ciao nein das gibt's doch gar nicht ach kacke oh mein Gott hey da hab ich nicht hingewischt lol und jetzt achten wir mal auf die jetzt kommt's was was für was denn genau ey das war nicht mein schatz faul ich hab schon erahnt ich hab schon erahnt ey du bist ein richtiger erahner ey das ist so verdient ja alter wo ist das rot man jo am besten rot oder jawoll was für ein shit was für ein pech hast was für ein pech hast Wolfsburg ist echt voll für den Haarisch jawoll und am besten joo alter ja bitte was ah hier sind diese Kackecken ey da muss ich echt ganz schön kämpfen grad damit ich hier kein Tor kassiere ja das geht eigentlich ab ich will nicht wissen wie viele Schüsse ich schon habe versuche hier das war die Verschwendung eines äh jo ey ich ich fass es nicht ich fass ich fass ich fass es nicht alter ass oh Gott ist das geil gleich ist wirklich gar nichts mehr zu dem Scheiß hier ey oh mein Gott hey hey er liegt auf dem shitboden und kriegt trotzdem einen fucking ball haha er spricht einfach über den grätschenden Angriff uuuuuh ich war wenn du kein Magnet gefressen hast mit dem Ball verbunden was was boah alter joo genau jup und Konter oh war schon vorbei haha das war auch schon wieder ja das war es auch schon wieder mit diesem Konter das war es auch schon wieder mit diesem Konter wer denn er macht jetzt das erste Tor muss schon ein bisschen rein Digga was macht der denn hey was ist das denn hier Diego oh oh alter nein oh ja ah freu ich denn hier war an sich gar nicht so schlecht nur ein bisschen kürzer das ist perfekt gewesen scheiße ach genau da musste wieder der scheißer von dir stehen jetzt aber durch hier langsam kann er sich den Ball zurecht legen oh oh Gott weißt du ich habe so viele Chancen da aber nichts klappt es muss hier locker schon 7-0 stehen mhm ich mache ein bisschen davon dass ich gerade besser geworden bin zum Ende hin der ersten Halbzeit oh du warst einmal an meinem Tor so sieht ein Pass aus joo ah 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 joo nicht mal ein Elfmeter schade wie man fm noch vor der Halbzeit schnell zu 1-0 oder ey warum block ey wieso wieso hat der denn immer auf zu laufen denkste nichts für 1-0 wechsel in der Halbzeit mal grad nen Controller wenn du damit glücklicher bist ach so ist ja schon 45 beste chance des spiels ach war nicht mehr ich war nicht mehr ich dann war die gar nicht so gut die chance gut halbzeit alter schwere das spannende spiel jetzt mal wieder am kontroller rieren sieben schlüsse aufs tor seite oder sieben ein schuss aufs tor kollege deine schlüsse waren so weit vorbei jedes mal guck mal sogar ich hab mehr 14 prozent schussgenauigkeit was kannst du überhaupt halt die klasse kann man so technisch weil ich trotzdem die überlegen naja wenn man das als chance bezeichnen kann was du da fabriziert hast ja kann ich doch nicht für wenn die so schäpp schießen und dann sagst du eigentlich schepp keine ahnung du hast es mir dabei gemacht die wo am start na wo hast du Dora gelassen naja weiter voll von mir alles klar unter jetzt sind sie jetzt aber jetzt sind sie die Prozent kommt dann kommt dann nun er hat er war ich hatte eine davor der langen schuldig Prozent Prozent o-weig nun nun wieder ja hier heißt es ist doch nicht weiter die Chance so gut steht durchschnittlich Partner Alter. Hat ein Pinguin hier. Ah, Alter. Gut, der war gut. Lupf eins aus. Immer gut. Erstmal wird ins Ausgelupft. Traumhaft gespielt, dann so eine Scheiße. Traumhaft gespielt. So ein Käse. Ich glaube, es geht jetzt 0-0 aus hier. So ein Scheiß. Bolic macht Ecke. Oh Gott, war die Scheiße. Er macht hier so Karate-Kick. Den Ball weg. So, jetzt aber hier Wurf. Und auf geht's hier. Ach komm, wenn... Na! Du musst dir mal vorstellen, ich spiel mit dem Mann weniger die ganze Zeit. Ach ja, hast ja schon mal verloren. Ziemlich free. Tragischer Unfall war das. Tragischer Unfall. So, erst so schnell gesprintet. Oh shit. Mit den anderen... ...Hingegen kommen Spiele. Zusammengestimmt. Vollidiert. Krankenwagen. War rechtzeitig da, aber sie konnten auch nichts mehr tun. Oh Gott. Oh Gott. Uff. Ah, das war rüberriester. Wenn was robben. Wenn was robben. Und hier ist exakt ausgerechnet die Statistik des Ballbesitzes. Komm schon. Nein. Ich bin grad hoch konzentriert. Ey. Jo. Was? Alter, da war noch dran. Scheiße. Oh Gott. Oh Gott. Hey Mann, das kann noch mal ein bisschen breiter sein. Sie wollen hier in Führung gehen. Viel zu schwach. Viel zu schwach. Viel zu schwach. Dieser Abschluss. Ja. Eben Meter ist auch nicht breit genug. Boah. Echt. Das ist doch echt. Jo. Foul, ne? Genau. Schieder Ball gespielt. Ich dachte, da kommt was rotes. Jetzt übertreibt, ne? Ich dachte, da kommt was rotes. Schieder Ball gespielt, war wieder verboten. Echt? Wo denn? Gar nicht berührt, Alter. So scheiße. So scheiße. Alter, hat er denn angesprochen? Oh mein Gott, was war das denn? Da hab ich ja gar nicht kommen sehen, ey. Ich dachte, er hinten dran kriegt ein Ball. Ist du verrückt, wenn du siehst, was deine Jungs mit den Chancen haben? Ein sehr schöner Bass. Zwei Kampf auf die Alter. Oh Gott, nein. Nein. Ah, Mann. Ich hab doch so viele Chancen. Da muss doch mal was reingehen. Die Schussgenauigkeit bin ich echt mal gespannt. Dürfte jetzt schon unter 10% sein. Ja, locker. Die Schalker können einfach nichts. Sicher in der Ballbeamte. Toll die eine Mannschaft. Ah. Schuss. Gut, dass wir hier dran kommen, wenn wir noch irgend so leicht. Hätte was werden können. Also, das war easy. Hätte sehr gut was werden können. Und rot. Jawoll Nummer 2. Wo? Wo? Er hat's schon gelb. Lass es drauf. Jetzt muss ich Brust rauslassen wegen dem Schuss gerade. Wenn das jetzt was wird für dich, dann Gnade dir Gott. Yo. Ich hab aussehen auf Foulen gedrückt die ganze Zeit. Alles Gnade. Du Arsch. Nein. Ey, übertreib jetzt nicht. Krieg ich noch ne Geld. Jetzt, jetzt verarsch mich nicht. Wenn... Verarsch mich nicht! Nein! Boah! Was flankst du für einen Käse zusammen? Da hat er aber grad noch so rangefurzt, ey. Er hat so ein Glück. Du Scheiße! Was?! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Das gibt's doch nicht! Oh! Oh! Das gibt's doch nicht! Oh! Jetzt hast du aber nochmal Klick gehabt am Ende. Na gut. Oh mein Gott. 0-0. Ich tippe auch für das Spiel morgen, dass es ein 0-0 wird. Ich tippe so ein 1-1. Interessant. Ich glaube auch auf jeden Fall, dass es unentschieden ausgehen wird, aber das Tore fallen, denke ich auf jeden Fall. Wir werden es sehen, es wird interessant. Vielleicht hat er wieder jemand recht beim nächsten Mal. Ja, bis dahin haut rein. Viel Spaß bei den ganzen Armbi-Bus noch. Ciao.